Meine Damen und Herren, ob wir uns nun reifere Jugend oder ob wir uns Senioren oder Bejahrte nennen, wir sind eben aus den Kinderschuhen heraus, stimmt's? Das merken wir doch schon beim Treppensteigen. Bei dieser Gymnastik heute, da wollen wir vorläufig auf den Handstand verzichten und auch auf den Salto aus dem Stand. Aber was uns gut tut, das ist ein bisschen Bewegung. Also, machen Sie mit. Gehen wir ein wenig spazieren. So auf der Stelle. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Sehr schön. Sehr schön. Auf geht's zu unserem 600 Sekunden Fitnessprogramm mit Musik. Denn mit Musik, liebe Freunde, geht alles besser. Hochschule Musik. Hochschule Musik. Auf geht's. Auf geht's. Are you ready? Hey. Are you ready? Please allow me to introduce myself. Are you ready? Hey. Boy, you turn me around. Now I'm back to death. Now I'm back to death. Are you ready? I'm past 12. Now I'm watching the late chung in my flat all alone. How I hate to spend the evening on my home. Hold up, hold up, hold up. We're throwing outside the window as I look around the room. And it makes me so depressed to see the room. There's not a soul out there. No one to hear my prayer. Oh, shit. Give me, give me, give me, give me, I'm a man after midnight. I want somebody help me change the shadows of the way. Give me, give me, give me, I'm a man after midnight. Nehmen Sie bitte auf einen Stuhlplatz. Wir wollen jetzt versuchen, uns etwas Rost von den Schultern zu schaffen. Die Oberarme links und rechts an den Oberkörper drücken und jetzt mit der Musik den linken Arm strecken und eng am Körper nach oben bringen und in einem schönen großen Kreisbogen nach hinten wieder abwärts, wo wir angefangen haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mit Schwung geht es auch gleich weiter. Klatschen Sie sich selber weiter. Einmal vorne, einmal hinten. Einmal vorne, einmal hinten. Danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Zur nächsten Übung nehmen Sie bitte Platz auf dem Fußboden. Ich meine, sind Sie über 100, dann bleiben Sie auf dem Stuhl sitzen, das ist bequemer für Sie. Den Oberkörper fallen lassen, auch die Arme nach unten. Langsam aufrichten und wieder zusammenfallen und wieder zusammenfallen und so als müssen Sie zwei Gewichte mit den Händen heben hochkommen. Das war wirklich mal was Neues für mich. Sagen Sie Karl-Heinz zu mir. Karl-Heinz. Ach so seid ihr drauf. Ach so seid ihr drauf. Gut, meine Damen und Herren, dann gehen wir also weiter. Und wenn ich Angst bin, dann gehen Sie, die ihr drauf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 D-I-S-C-O Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 hurso? So, wir schütteln, hurso, western-z...? Wir schütteln die beide locker aus und bleiben dabei auf der Drühe. Nun wenden wir die Hände an, stellen die Füße als Auge auf, die Arme bleiben unterliegen und machen nun den Hände weiter. Schön, Mann. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 And now, Bis zum nächsten Mal. 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 Parade. Und jetzt bleiben Sie einmal stehen und klatschen dazu in die Hände und jetzt und jetzt und jetzt und jetzt. Ja, man will ja auch mal was hören davon. Fein. Und jetzt sollen wir die Beine ausschlagen. Fein, entspannen. Und weil ich ein alberner Mensch bin, möchte ich Ihnen die kurioseste Übung zum Schluss verraten. Versuchen Sie es nachzumachen. Legen Sie die Hände auf die Knie und bei jetzt greifen die Finger der rechten Hand an die Nabenspitze und die Finger der linken Hand weiten ans rechte Ohrläppchen. Tun Sie es mal. Und jetzt diese beiden Bewegungen gleichzeitig. Achtung, jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Einmal. Nun kommt schon das Finale. Wir stehen dafür wieder auf. Um Ausdauer und Dynamik zu trainieren, werden wir in unserer letzten Ausgleichsrunde spielerisch passend aufgetan. Das ist ja auch kein harter, männlicher Schlagerpfalz, sondern ein wirklich spielerisches Händchen und strecken und stoßen und stoßen und stoßen und stoßen und stoßen mit schneller Beinarbeit. Wieder Fantasievolle Ausgleichsgymnastik. Nach Lust und Laune kann jeder, wie er mag, mitmachen. Im Tag der Messer. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hör zu! 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 Hör zu!